Irgendwo brabbelt hier gerade was richtig Großes. Ich habe es ja nur gehört, aber das ist Generatormusik. Ja, das ist auch bei den Autos verbaut. Bei allen möglichen Dieselfahrzeugen, GTD. Dadurch können wir eben alle Wunsch-Sounds einspielen, also vom Automobilverweich bis dahin alles mögliche. Ihr seid auch noch bei mir in der Nähe, Hamburg. Ich komme aus Schleswig-Holstein. Es ist so hoch die Ecke. Ich gehe mal dichter ran mit meinem Mikro, dass ihr das mal so ein bisschen hört hier. Ja. Hast du noch? Wow. Cooles Teil. Und dann das Ganze als E-Bike quasi eigentlich ausgelegt. E-Moped. E-Moped. 50 kmh. Bis 50 kmh. 9,5 PS in der Spitze. Das ist auch so zugelassen, weil nur die Nennleistung beschränkt ist, nicht die Spitzenleistung. Ja. Wir wollten das Bike für uns kreieren und ein Fahrzeug ohne Kompromisse. Geiles Design, ordentlich Beschleunigung, geilen Sound, das auch ein Getriebe mit rein simuliert. Du hast Schaltvorgänge und kannst alle möglichen Sounds einspielen. Und dann wollten wir das noch nachhaltig produzieren. Die Werkstatt ist in der Nähe von Bad Oldesloh. Und haben eine Sattlerin im Nebendorf, die früher für Porsche die Lenkräder gemacht hat. Sie machen die Sitzbank. Kaffee-Racer-Style. Ganz genau. Echt schön. Geiler Holzbock hier hinten drauf. Das feiere ich alleine schon so was. Das ist Mahagoni Vollholz. Ja. Da kann man auch Eiche nehmen. Wir können das auch mit Bootslack verziehen. Dann wird das auch sehr elegant. Dann kannst du die Lackierungen von Wyss aussuchen. Das sind alles 50 Einzelabnahmen, die wir jetzt machen. Ja. Deshalb kriegt jedes Fahrzeug seine Nummer dort oben in der Gabelbrücke. Das heißt, das hier ist die Nummer 01. 01. 01 und 02. Die haben wir jetzt gebaut. Die können wir reproduzieren. Wir haben jetzt noch vier Wochen für ein Fahrzeug gebraucht. Ja. Optimieren das jetzt alles nochmal. Würden dann so Richtung Februar, März, nächstes Jahr. Welche Stückzahlen peilt ihr so an? Nächstes Jahr wollen wir dann Richtung Serie gehen. Dann werden wir uns beim KBA registrieren. Wir werden eine EU-weite Typengenehmigung machen. Einen eigenen Rahmen bauen. Das ist jetzt einer von einer Puch. Dadurch sind wir schnell durch einen TÜV gekommen. Weil der schon fertig abgenommen ist dann, ne? Ja. Was für eine Puch ist das? Ist das ein Oldtimer oder ein aktuelles Fahrzeug gewesen? Ja, die ist 1975 eine. Die lief in Spanien als X20, X10 mit 50 kmh zu lassen. Unser Rahmen ist halt leider recht selten. Deshalb kriegen wir nur diese 50 zusammen. Ja. Und dadurch haben wir aber auch noch hier vorne eine Apriagabel drin. Also auch recycelt sozusagen. Ja. Also man kann ja auch nicht alles selber entwickeln. Man muss eigentlich nur die vernünftigen, richtigen Sachen zusammenpassen. Genau, genau. Also auch die Frontansicht der Scheinwerfer ist natürlich, ich geh mal extra nicht ins Licht, weil dann werdet ihr geblendet und das Bild wird nur überbelichtet. Ja. Aber das ist knallharte LED, die richtig Lichtausbeute hat. Die Bremsscheibe ist auch vernünftig dimensioniert. Das Ding, das kann auch richtig verzögern. Ich bin selber Motorradfahrer, von daher weiß ich, wovon ich rede. Das ist schon cool. Und hier die sehr kleine Proton-Module drin, im selbstgefrästen Gehäuse. Boah. 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 Da hast du verschiedene Soundeffekte, die du auswählen kannst. Aktuell haben wir drei Stück im Display mit drin. Ich will mal gucken, ob ich das auf der Kamera... So werde ich es am ehesten sehen können. Wir haben auch noch so ein Moped von der KTM, der Sound. Wenn ich Gast gebe, wird der Zensiver. Und wir wollten unbedingt so einen eigenen Future Sound haben. Da hast du einen Star Wars Podracer angenehm. Der verändert sich auch beim Fahren, der schaltet auch mit. Kannst du dich mal ein bisschen simulieren mit Fahren? Ja. Aber von den von den zur Verfügung stehenden Sounds ist Sound Nummer 1 schon mein absoluter Favorit. Definitiv. Meiner auch. Weil darüber bin ich auch... Ich kam gerade von dem Stand da drüben und habe einmal gesagt, da ist irgendwas ganz Großes an. Und dann komme ich raus und es steht was ganz Kleines da. Aber es hat einen geilen, geilen Sound. Danke. Also gefällt mir richtig gut. Ich wünsche euch viel, viel Erfolg mit dem Projekt. Danke, danke. Und ihr kriegt natürlich jetzt auch, damit ihr wisst, wo das dann irgendwann versendet wird, Kleinstauflage. 50 Stück gibt es nur davon. Also gut aufbewahren. Irgendwann wird das garantiert ganz wertvoll. Genau. Ja. Da findet ihr meinen YouTube-Kanal und wenn ihr mal irgendwo was habt, irgendwo ein Video oder was gemacht werden soll oder sowas, könnt ihr mich auch gerne sonst mal kontakten. Ja, gerne. Sehr gerne. Ja. Kannst du uns da irgendwie verlinken, wenn du das hochbläst? Mach ich sowieso. Also bei solchen Startup-Geschichten mache ich das gerne, dass ich dann einfach dann entsprechend den Link dann unten reinsetze und dann habt ihr da so ein bisschen Werbung für euch. Das ist lieb. Danke dir. Mach nochmal eine Fehlzündung. Oh, das Ding macht Fehlzündungen. Da hast du so einen Zufallsgenerator drin, reinprogrammieren, der dann so drei bis vier Fehlzündungen macht. Ich feier das Ding. Aber ich habe tatsächlich eben noch eins vergessen, das müssen wir noch fürs Reinschneiden haben. Reichweite. Wie weit kommst du? Ungefähr so 50 Kilometer. 50 Kilometer mit einer Akkuladung. Ja. Da kann man den Akku rausnehmen. Das sind Module. Der ist hier wahrscheinlich im Tank verbaut. Genau, genau. Das sind Module aus dem Hybrid-Fahrzeug von Volkswagen. Also Recycle. Wir wollten keine neuen China-Zellen nehmen, sondern das nachhaltig haben. Ja. Das haben wir jetzt hingekriegt. Coole Nummer. Da wird es auch bald neue Module geben. Die gibt es schon, aber noch nicht für uns. Dann hat man 30 Prozent mehr Kapazität bei selben Gewicht, selben Abmahn. Ja. Dann wird es richtig. Dann wird es richtig. Aber 50 Kilometer ist also, ne? Das ist das, was man in dieser Geschwindigkeitsklasse, in der das Fahrzeug sich ja bewegt, ne? Eigentlich auch realitätsnah fährt. In welcher Geschwindigkeitsklasse bewegt sich das? Das heißt, das ist auch ohne Führerschein. Genau. Ohne Mofet-Führerschein. Hinten ein Versicherungskennzeichen dran, ne? Aber tatsächlich 50, liegt das an dem Puchrahmen? Wir dürfen, ja, 45 laut GPS, 10 Prozent Toleranz, dann würden wir bei 49,5 laut GPS. In einem Tacho steht dann sowas wie 53. Ja, ja. Also eigentlich offiziell dann tatsächlich die 45, die für die Klasse auch vorgesehen ist. Die 50 kann man mal als Werbeargument nennen. Aber sie sind eigentlich real nicht erlaubt, ne? Genau. Laut GPS 49,5. Ja, ja. Tolles Ding. Cooles Ding. Tschüss. Ich wünsche euch noch viel Spaß und viel Erfolg. Ja, genau. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Also, ne? Man ist auf einer Messe, um Neuheiten zu entdecken, um sich auch irgendwo mal einfach überraschen zu lassen. Das ist mir hier jetzt tatsächlich gelungen. Ihr habt mich überrascht. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Lasst mir gerne ein Abo da. Und wer nicht abonnieren will, ihr kennt den Spruch. Ist nicht so schlimm. Aber ihr verpasst keins meiner Videos mehr. Und ich freue mich über jedes eurer Abos. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael. Und jetzt hören wir nochmal den Motosound hier. Fahr nochmal los. Jetzt darf sie fahren. Und sie genießt es. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Danke schön. Amen. Amen.